Vergangene Staffel krönte Heidi Klum Jackie Wruck zu ihrer Topmodel-Queen. Mittlerweile hat die 22-Jährige mehr als 300.000 Instagram-Follower, die sie mit Fotos aus ihrem Leben auf dem Laufenden hält. Was darf dabei nicht fehlen? Richtig, sinnliche Bilder, die aber auch immer eine wichtige Botschaft transportieren sollen. Vor einigen Tagen postete Jackie solch ein Bild. Es zeigt sie auf einem Hocker sitzend, der Oberkörper unbekleidet, die Beine nur durch eine Netzstrumpfhose bedeckt. Dazu schreibt Jackie, niemand hat etwas Perfektes. Wir haben keine perfekten Leben. Wir sind keine perfekten Lebewesen. Ich bin nur ich. Liebe oder hasse mich. Du hast die Wahl, aber bedenke, dass ich immer ich sein werde. Das ist das Beste, was ich sein kann. Ihre Fans feiern sie zum einen für das Bild. Die Kommentare reichen von wow über wunderschöne Frau bis hin zu verboten sexy. Aber auch für das Statement, das sie durch die Kombination aus Wort und Bild setzt. Es hat was zerbrechliches und natürliches. Ich finde, dass es wirklich Zeit ist, dass die Menschen aufhören sich uns die anderen, vor allem Frauen, als Objekte anzusehen, die dafür da sind, das ästhetische Bedürfnis von irgendjemanden zu befriedigen, kommentiert eine Userin. Jeder Körper ist so einzigartig wie sein Träger. Und wir sind so viel mehr, als nur der Körper. Zehn Jahre ist es her, dass Rebecca mir an der NTM teilgenommen hat. Nein, sorry, sie hat nicht gewonnen, auch wenn es sich offenbar manchmal so anfühlt. Wenn ihr jetzt auch denkt krass, zehn Jahre schon? Das war doch erst gestern, dann hier die bittere Wahrheit. Ja, wir sind alt. Aber zum Glück wird auch Rebecca mir nicht jünger, und so darf die mittlerweile 29-Jährige am Donnerstag in Folge 9 auf dem Gastjörer-Rennstuhl neben Heidi Klum Platz nehmen und über Karriere, bzw. nicht Karriere, ihrer potenziellen Nachfolgerinnen bestimmen. Ansonstenpunkt zuvor müssen die verbliebenen GNTM-Kandidatinnen aber noch eine Mutprobe überstehen. Eine echte. Getarnt als Fotoshooting. Vor der Skyline Berlins. In 122 Metern Höhe. Und natürlich gibt es auch diese Staffel wie der Model-AnwärterInnen, die mit Höhe nicht so gut können. Ich werde in Panik verfallen, wenn ich da oben bin, weiß Romy schon vorher und Linda ist geschockt. Immerhin werden sie in ein opulentes Tölkleid gehüllt sein, wenn die GNTM-Karriere am silbernen Drahtseilfädchen hängt. Das sieht wenigstens gut aus. Mitten auf dem Alexanderplatz in Berlin müssen sie nicht nur ihre Ängste im Griff haben, sondern auch dem Wind und der Kälte in 122 Metern Höhe trotzen, erklärt Heidi Klum, die Unterstützung von Jochen Schweitzer erhält. Genau, das ist der mit den Event-Gutscheinenpunkt. Beim Elimination-Wag müssen die angehenden Models dann noch einen Action-Parcour absolvieren. Dabei müssen die Mädchen nicht nur fünf Hindernisse problemlos meistern, sondern auch noch mit fünf verschiedenen Posen überzeugen, fordert Heidi Klum.Rebecca mir gibt den Top-Modell-AnwärterInnen vorher noch einen Tipp, der sich so problemlos auf jede Lebenslage übertragen lässt. Lasst es euch nicht anmerken, wenn irgendetwas passiert. Total egal, Hauptsache ihr macht weiter. Welche Top-Modell-Anwärterin wittert Höhenluft? Und wer fällt der eigenen Körperbeherrschung zum Opfer? All das erfahrt ihr hier, in unserem Live-Digger-Züge-NTM. All das erfahrt ihr hier, in unserem Live-Digger-Züge-NTM.